Mein Video, hier ist unser Cousin und hier in der Mitte und das ist der kleine Bruder, das ist der große Bruder und ich bin die ähm Cousine. Und also, heute sehen wir los. Also los geht's. Salsa, der Boss. Danke. Salsa, du bist verhaftet. Dann bist du gestorben. Dann bin ich dran. Und? Was hörst du tun? Das heißt, wir sind immer an Weihnachten. Wir bringen alle zusammen. Und wer könnte das besser als... Salsa, du bist alles. Ah! Machen wir das an. Mal liegen. Das ist der. Ja, ich bin jetzt. Nein, ich bin jetzt. Ah! Nein. Ich bin jetzt. Der. 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 Das war's für heute. Der. 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 Einander Brust, einander Brust. Einander Brust. Einander Brust. Einander Brust. Läscher, 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 Läscher. Da fliegt wieder das Stück Schild. Jedes Jahr derselbe Blöden. Alle Jahre wieder kommt der Pellner. Am Samen, der hat sich da nicht schnell. Nee! Warte, warte, warte. Warte, warte. Das ist viel. Das war's für den Video. Also, Joseph, mach die Glöcke an und schreib ihm da kommentare Musik. Oder wenn die nicht sagen, und wenn die nicht schreiben wollen, dann haben wir ihn. Und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten ungefähr. Frohe Weihnachten. Was ich will euch heute noch sagen. Also, wenn du nicht schreiben kannst, mach doch eine Musik von Zelle Bosch. Schau mal in den Musiknoten. Tschüss. 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 Tschüss.